So, laufen wir zurück in die Stadt rein. Und ich würde sagen, wir übernachten erst. Ja, komm, wir übernachten erst, dann sind wir gleich fertig. Und dann können wir nach Jessica hochgehen und es ist auch wieder hell. Dann läuft es auch besser. So, schalten wir den Turbo wieder ein. Hä? Oh, ich kann nicht übernachten. Ich muss direkt hoch. Ernsthaft? Hä? Warum? Hallo? Ah. Ah, ich darf da umsonst übernachten. Super. Na, sicherlich würde ich hier gerne übernachten. Wäre natürlich sinnvoll für mich. Was macht der die ganze Zeit da? Hallo? Kannst du dich jetzt mal entscheiden, was er die ganze Zeit macht? So. Nein, ich will nicht nochmal. Nein, geh weg. Hopp. Turboturbo. Turboturbo. Disco, Disco, Turboturbo. Schauen wir wieder nochmal ein. Hallo, Tür. Am besten und am schnellsten sollten wir hochgehen. Ah, da ist er auch gleich sofort. Super. Super, super. Würde ich sagen. Steht da so schon. Oh, kann man da unten wieder rausgucken? Hallo. Au. Was willst du? Was willst du von mir? Ich werde fragen, ob du völlig entstanden bist, bist du entdeckst von Kompassion? Nicht das wieder. Natürlich bin ich... Aber alles, was kannst du denken, ist diese Tradition und Obligation der Familie. Abenzieren. Du wirst du das Buch verhörst. Du denkst wirklich, Alistair, würde das wollen. Unsere Familie, woher? Ich glaube nicht, dass du mir glaubst. Aber Alistair sprach, das ist warum meine Meinung ist. Ah, dann wird sie ja mit uns mitkommen. Aber... Okay. Da ist jemand sauer. Und in ihrem Kleid ist er doch. Und in ihrem Kleid ist er doch nicht so, dass ich die Wahrheit verhörst. Und in ihrem Kleid ist er doch nicht so. Ja, ich bin. Und Alistair sagte mir, dass das passieren würde. Er sagte, dass du... Komm schon, aufhörst du dich. Schick, schick, in ihrem Kleid ist sie jetzt. Jetzt können wir noch in ihr Zimmer gehen. Ich will erst hin. Vor euch mit den Rädern will ich da erst rein. Kommen wir da rein? Ah, wir kommen da rein. Super. Jetzt können wir gucken. Es war nur noch oben, glaube ich. Ich glaube, an die Kommode kommen wir nicht. Nee. Mich bewegt gleich das Kabel hier noch. Wo ich dran komme, ist das hier. Lass uns bitte eine Sache drin sein. Jessicas Kleid. Das haben wir. So. Jetzt quatschen wir noch mit den Herren und Damen des Hauses hier. Was die für uns sagt. Bestimmt die Schnauze voll. Alles wegen mir. Nö, ich glaube nicht. Und er erträut. Jetzt noch mal meine große Liebe. Bestimmt. Oh, du siehst auch aus. Oh, wenn ihr euch die Fratz anguckt. Boah, ich kriege jetzt schon auch einen Krebs. Auch einen Krebs. Go, 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 Gadget. Auf sie denn jetzt hingegangen? Wartet sie jetzt vorne am Türchen auf uns? Oder? Wie muss ich das jetzt verstehen? Oder ist sie noch bei der Oma hier? Ne. Aber wir können doch mal mit der Oma quatschen und speichere ich gleich mal sofort. Na, la, la. Klar wird sie zurückkommen, aber sie wird uns erst mit... Blablabla, ich habe doch schon mit euch geredet. Ich will nicht zu monatwähig speichern. Und dann geht es nach Port. So. 1433, klingt auf jeden Fall gut. Steckplatz 1. Jetzt sehen wir gleich, wie viele Stunden wir noch uns hinter uns haben. Und das war der letzte Speicher. Das heißt, wir speichern jetzt da. Natürlich, fortfahren. Sechs Stunden, acht Minuten. Natürlich, möchte ich fortfahren. Herr Priester. Ich bin nicht dein Kind. Jeder Priester sagt das zu mir. Was ist los mit euch? Ich will nur speichern. Angst, Astrego. So, wenn Jessica jetzt auf uns vorne wartet oder so. Ich weiß das jetzt nicht. Hm. Oder im Port. Ich kann es jetzt euch nicht sagen. Ja, vielleicht erwischen wir das in Port. Ja, konzentriere dich nach. Du wirst jetzt eh einen drauf kriegen. Tschüss. Weil ich würde jetzt eh sagen, da das nach Port jetzt nur ein Momentchen dauert, so die Kämpfe und so was, dann würde ich das jetzt übernehmen. Sollte doch irgendwas zwischendurch passieren, dass ich irgendwo aufgehalten werde von Jessica und die Tochter doch irgendwo auf. Das sage ich euch, dass ich das dann danach sofort sage. Alles klar. Dann laufen wir noch bis zur Kreuzung hin. Vor die Schaufruhe. Wir haben noch zwei Minuten, das heißt, wir könnten auch noch ein gutes Stück durchlaufen. Dann machen wir das da noch ein dieser Folge durch. Ich dachte jetzt so, die Zeit wäre schon vorbei und reif. Ist sie aber nicht. Jetzt gucken wir mal, dass wir den Fechtfuchs doch platt kriegen hier. Und dann kann man doch durchreisen. So wie es scheint. Weil dann würde ich auch einen kompletten Folgenstopp machen eigentlich, dass ich erstmal sage, Pause und wir speichern Import Prozept Ich muss gerne mal aufs Schild gucken, was da stand. Oder Zapzap Zapzap, Zapzap, Zapzap 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 Naja, der Fuchs ist down Der Pilz ist Matsch im Ragout Level 11 Ich knieße da Äh, ich mach mal Jetzt mach mal ein bisschen Speere Prozept Naja Ist ja auch egal So, wir kommen da irgendwann Und treffen da Jessica Ich will offen, weil sie ist jetzt nicht aufgetaucht Äh, Knastkatzen Mir ist natürlich jetzt Machen wir erstmal Ah, shit Konzentriert sich der erste natürlich nicht Aber natürlich klar Was er denken kann Gut Zauber Mh, macht nur für die Dann machen wir mal hier B Dennoch keiner Hat er eine Fähigkeit Oder auch noch nicht Dann machen wir Shit, ich wollte nicht die Gotze Oh Oh, oh So Dann sehen wir uns gleich Nach einem kurzen Kaffee Bis gleich